Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword, zum großen Finale. Naja, zumindest finalen Kampf. Ich weiß nicht, wie lange ich für den brauche, ob das in einen Part geht. Ich denke mal nicht, dass das ein Part dauert. Es werden bestimmt zwei Parts. Wegen Abspann und so. Gebieter, ich habe dir etwas zu richten. Wenn du hier weiter gehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr zurückkehren kannst, ohne den Kampf zu beendet zu haben, bei 100%. Bist du dich bereit für den Kampf? Ja. Gebieter, ich bin immer bei dir. Nein. Gebieter, viel Glück. Du bist immer bei mir. Ja. Nee, ist klar. Ja. Ich will dich aber nicht, Fai. Ich will dich weg von mir. Hm, der Ort ist so schön. Du bist viel wirklich gekommen. Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen Menschenlein. Seh dich gut um. Das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Ich hasse die Götter. Endlich habe ich meine Kraft zurück. Ich werde dich zermalmen. Du und welche Armee. Wie lange wirst du wohl vor mir bestehen können? Sei so gut und stirb nicht sofort, ja? Und von nun an er zittert die Welt unter meiner Herrschaft. Äh, noch hast du nicht gewonnen, ja? Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu heben auslöschen. Du kannst den Himmel verdunkeln. Ist ja auch deine Welt, ne? Und die unendliche Macht. Wenn ich erst das Triforce habe, dann gehört diese Welt den Dämonen. Du bist krank. Eindeutig. Todbringer. Na komm. Na komm. Au. Ah. Alter. Schema. Ah Mist. Der holt ja jetzt zweimal aus. Na komm. Mann. Hol doch Schild, Mann. Raus. Ach. Ah. Ah Schild. Ah. Nicht schlag ein Schild, Mann. Hä? Habe ich nicht hingeschlagen, auch hier. Ist das alles? Na komm. Na. Jetzt hitre von mir. Todbringer. Ah. Nach komm schon. Ach. Ach- Ah. Mein Schild. Ach. Na? Eui, 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 mach doch nicht so'n Scheiß, man. Na komm. Ah. Das Schild wäre normalerweise, wenn's ein anderes wäre, total zerstört. Sag mal, könntest du... Na komm. Ach, warte, 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 warte. Mach doch nicht immer das Gleiche. Na komm. Ach, leck mich doch. Ach, ich kann nicht mehr her. Jetzt ist er sauer. Alter. Was? Was? Achso. Na komm. Lass mich nicht in den Stich. Au. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Ha. 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 Ah! Lick mich! Aua! Stirb! 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 Ah! Bäm! Puh! Der hat gesessen. Tja. Nix mehr mit Schwert. Aber der hat solche Klauen. Der könnte mich mit den Klauen zermalmen eigentlich. Ein Menschlein! Du singt von einem Menschlein! Beinrumpend! Aber merkt ihr, es ist nicht vorbei. Mein Hass! Meine Dämonen! Beides wird ewig bestehen. Es wird nie aufhören. Ihr beide, mit dem Blut der Göttin und dem Mut des Helden. Ihr sollt für alle Zeiten verflucht sein. Die Verkörperung meines bodenloses Hassers wird euch auf Ewigkeit in einem blutigen Meer der Fenster es verfolgen. Ich weiß nicht, was du meinst. Wäre ja nett, wenn noch so ein Ableger kommen würde. Ab sonst Soonissimo! Hey! Yyyyyy. Absorbiere das Böse! Heyyyy.. ´aayyyy! Benef Biekemd .. Oh nein! Das computeet! Seine noch verblieben Essenz wird in das Meisterschlag übertragen. Die Versiegelung ist abgeschlossen. Näh, 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 fein gute Maschine. Ich hasse sowas. Eine Maschine als Begleiteruhe. Das hast du gut gemacht, Svenita. Oder soll ich dich besser linken nennen? Danke, Link. Es ist vorbei. Wirklich vorbei. Oh, hör auf zu weinen. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr eure unterscheidene Beitrag zur Legende des Helden Bardo geleistet. Und demnächst bei mir als Let's Play The Legend of Bardo. War nur ein Witz. Auch du hast eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Ach, Graf, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Nachdem wir hier fertig sind, bin ich endlich in meine Zeit zurück. Das Mütterchen hat sich Sorgen um euch beide gemacht. Wir müssen schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Das Mütterchen bleibt hier, ja? Das Mütterchen bleibt hier, ja? Göttin Hylia? Ich meine, Zelda? Ich bin so froh, dass ihr in Sicherheit seid. Ihr seid, Marien, Bardo. Ich muss dir etwas sagen. Na, dann sag. Ja, okay, ich steck's da rein und dann ist gut. Kann jemand mal die Master-Timeline bestätigen, Nintendo? Welche ist jetzt die richtige? Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin. Bezwinger des Todbringers. Link, der Held. Meine Bestimmung, um dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Das bedeutet, Gebieter, wir trennen sich unsere Wege. Wenn du das Schwert wieder in seinen Sockel steckst, ist meine Arbeit getan. Ich werde zurück in einen ewigen Schlaf fahren. Yay! Dann dürfen wir Party feiern. Sei doch nicht so geschockt. Das ist doch gut. Du hast deine Stimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Bitte bringe das Schwert zurück an seinen Platz und erfülle so den Willen der Göttin. Entbinde mich nun, meine Aufgabe, Gebieter. Ab ins Schwert und bleib da gefälligst. Ja, ich will dich nie wieder sehen. Ich mag dich nicht, Fai. Aber das hätten sie wirklich mir überlassen können, das schwer zurückzustecken. Ein epischer Moment. Das Schwert ist wieder versiegelt. Und irgendwann wird es ein anderer aus dem Stein ziehen. Nun, der Stein ist zwar... Das sieht so aus wie eigentlich der Stein von... Ich bin ein bisschen dauernd. Ich bin ein bisschen dauernd. Und dann lotta�ne sein.